So, da sind wir wieder bei GTA 5 und wir speichern mal. Franklin und Lamar, nicht ein Kratzer. Naja gut, das geht schon mal. So, Menüpunkt Speer aus, Inhalte Social Craps hinzugefügt, neue Fahrzeuge gewonnen. Oh, Simeon. Alles so auf einmal. Ich bin doch gerade erst weggefahren. Naja, ich habe mir die erste Folge jetzt nicht angeschaut, deswegen ich nehme jetzt zwei Folgen hintereinander auf. War vielleicht ein bisschen blöd, aber naja, gut. Ist egal, wir fahren jetzt zu Simeon und machen einfach mal die nächste Mission. Oh, das war ein Hydrant. Schauen wir mal, was der Ernst noch so zu sagen hat. Wie gesagt, die Videoqualität ist ein bisschen, naja. Es ist die Xbox übertragen auf PC jetzt mit einer TV-Karte. Das ist, naja, es ist, es ging nicht besser, muss ich mal so sagen. Weil die Xbox nur, boah, die Xbox nur ein Output von 720p hat. Tut mir leid. Kann ich aber nicht anders machen, leider. So, ich packe mich mal hier ein, ne, so. Mit einer Einfahrt. Passt schon. Du hast mich 25? Sounds gut. Hey, wassup, Simeon? Mein liebster Junge, so gut zu sehen, so gut. Hold mich. Ja, schau, Mann. Schau, wir haben zusammen gearbeitet, seit ein paar Monaten, nicht? Das ist, warum ich sehr honnend zu Ihnen, dass Sie ein Mitarbeiter des Monats. Huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sachi with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. No, no, niggas. Ah, ha, ha, ha. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Nino? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dog. Man, knock it off, man. For real. After all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get a- What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When there's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking And next to it, it needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, Employee of the Month. Man, fuck you, and come on. Man, you's about a yes-mouse ass nigga. What we waiting for? Magella Nav, nigga. Vespucci Beach. Hey, you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstyler's type bitch, but now it's all starting to make sense. How about you drive? Hmm. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that SA... Oh. That SA Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Digga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean looking motherfuckers that come repo this shit. We ain't girl scouts. In your case, I ain't so sure about that. Yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Oh. There's a car right here. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 Gs? With a 3 G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole set up design to take drug money. Alright, man. Look, we go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie. But I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd send you the funny dude, though. It's gonna be a shame when we get the book his ass and jack him for all this shit. Look, Adora, du bist in meinem Video, ne? Ich wollt's nochmal so sagen. Hehehe. The bike should be in one of the lockups down here. Should be as the story of your life, asshole. Hm. Do as I do, nigga. Hey! Hehehe. Ich kann jetzt keine Xbox Live Party beitreten, bitch. Hey, what's up? Warte. Ich schreibe mir nur eine kurze Nachricht. Ähm. So. Schreibe mir halt meine Nachricht so zwischendurch. Mach dir nix. Mach dir nix. Komm ja mal machen, ne? Nehme auf. Fertig. So, Nachricht senden. So. Huch. Okay. Okay. Man. Jetzt geht's aber los. Okay. 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 So, we're gonna keep up in here, man. Was, 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 was? Oh, Deckung, warte. Deckung. Das war nicht so geplant. Das bringt so nichts. Wir müssen weiter nach vorne, aber wir können nicht weiter nach vorne. Alter, warte. Deckung, wow. Ja, ein ganz normaler Tag im Büro. Ja, genau. So. Der ist tot. Der ist auch tot. Gut. Oh. Das hätte man natürlich auch machen können. Ähm. So, der ist down. Alter. Ja, ich mach das schon. Nachladen. Müssen wir wieder verstecken hier. So. So. Boom. Alter. Brennt einfach mal alles, weißt du. Äh, okay. So, dann lass uns mal, äh, das Motorrad wohnen. Kommst du bitte? Ja, klar. Er muss vorne einsteigen, weißt du? Ah. Ah. Ja, das merkt ja keiner, Franklin. Okay. Oh, fuck. Ist auch so schwierig zu steuern, die Karre. Aber ich weiß ja, Franklin hat da ja die Spezialfähigkeit, genau. Weiß ich ja, wie man die aktiviert. Oh. Alter. Ähm, kriegen wir den? Ja, wir kriegen den. Weg hier. Weg, weg. Ich muss ja durch. Ja, wie denn? Ich muss ja erstmal durchkommen. We want your bike, Bick. Alter. Alter. So. Dankeschön. Weg hier. So. Wo, wo, wo sollen wir jetzt hin? Hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Egal. Wir werden es ja sehen. Wir haben ja einen Radar. Das Motorrad ist nice. Ähm. Ja. Auch geil. Auch geil. Okay. Ich frage einfach mal nicht. So. Es hört sich wirklich so an. Ohne Scheiß. Okay. Warte. Scheuert. Okay. Ja. Ähm. Spielatmosphäre wird auf jeden Fall aufrechterhalten. Ganz klar. Ich passe meinen Kommentiers dir an. Oh Mann, ey. Nee. Boah. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab, das Motorrad. Boah. Jetzt geht's ab, Alter. Boah. So. Halt, 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 hier durch. Okay. Carwash. Okay. I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. You can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga. And we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron. Bestanden. Rückführung. So, und damit wollte ich auch sagen, wir sind bei 13 Minuten, 14 Minuten. Ähm. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.